Da ist ein Jäger drüben. Junge, da musste er aufstehen. Oh, scheiße, aufs Fass hab. Ah, er kommt, er kommt. Null. Was? Der Bus ist direkt hier. Ach. Ich hab diesmal keine Haftbombe mitgenommen, ich hab extra neu verlesen. Hm. Auf der anderen Seite haben wir auch schon welche. Schießwürdige. Ah, hat schon irgendwas zum Schlagen gefunden. Ja. Wir sollten nicht von mir wegrennen, wir sollten herkommen. Oh, ich glaub was. Alter, wie weit der rauskam eben. Ja. Abnormal. Toll, jetzt brennt's hier länger wegen dieser Laterne. Hinten ist auch zu. Gucke ich mal schnell nach dem Medic-Kit. Ja. Ich hab jetzt mal wieder Salamander mitgenommen. Ah, okay. Du Glückspilz. Oder hab ich das doch nicht gekauft. Dann vielleicht im anderen Haus. Dann vielleicht im anderen Haus. Ah, ich hab's doch dabei. Aha. Geil, der zündet mich nicht direkt an. Da ist dann nur ein bisschen von den Balken verbrannt. Alter, spinnst du? Das ist ja krass. Also mit Salamander ist es echt geil gegen den zu kämpfen. Hat mich nochmal gehittet, nochmal ein bisschen. Hier ist dann in der Hütte hier oben eine Lootbox. Ja. Dann verbinde ich mich mal jetzt. Oh, jetzt brenne ich aber. Also beim dritten Mal fängt man Feuer an. Mhm. Ey, da ist er. Der ist recht tot. Er ist im Anus. Ja. Soll ich verbanischen? Ja. Ich hoffte dem Specky mal meine... Meine Chaosbombe an. Mhm. Ja. Ja. Andra. Ja. Ich glaube, das Tor war auf. Oh doch, hier ist eine Kasse. Ja, oben lag auch noch eine Axt. Hätte man wissen müssen. Mit meiner Mama fand ich es auch nicht schlecht. Aber die Axt ist natürlich immer okay. Hinten ist das Gatterhofen. Welch sträflicher Leichtsinn. Ja. Das ist krass. Beim Rumspringen mache ich weniger Geräusche als beim Rumlaufen. Hörst du überhaupt was davon? Ja, immer wenn du auf die Erde kommst. Aber ganz leise, ja. Da ist ein Jäger drüben. Da drüben im Gebäude? Mhm. Okay. Hast du bis jetzt nur einen gesehen, oder? Ja. Am Fenster steht einer. Diese Weird Sister. Hat einen Hit. Lol, der hat auf die Entfernung mit einer Schussflitte auf mich geschossen. Unten ist die Tür auf. Am Tor unten. Hat einen Hit. Mist. Alter. Jetzt ist er eine fucking Doppelpistole, denke ich da. Ich kann mich da nie, der Motor. Mhm. Hier drinnen war ein Medikit, hast du gesagt? Mhm. Wo? Ey, ich habe eine Sticky-Bomb. Ja, oben. Wo sonst immer die Kasse steht. Okay. Jetzt ist er auch schon mal weggepumpt. Ja. Fehlt nur noch der Typ. Der ist immer noch da drinnen. Der wirft gerade was. Junge, da muss der R aufstehen. Scheiße, aus Fassab. Nö, dass hier gleich ein Medikit ist. Wollen wir ihn raschen? Ja. Die Weird Sister steht wieder, die ist hier unten. Der ist direkt über mir. Ich muss mich kurz verarzten. Sehr schön. Oh, hat mir auch nicht eingeschenkt, Junge. Ah, halt. Erstrufe eröffnen wir dann, guck mal. Ja. Ich muss noch schnell das Medikit da oben benutzen. Sonst ist clear. Okay. Okay. Wo ist denn jetzt das scheiß Medikit? Da war keins, wo die Kasse sonst in der Stehe. Ach, nee. Irgendwo war ein Medikit. Ach, hier vorne. Ach, da. Ja, im Übergang. Hier. Scheiße. Sorry. Auch kein Ding. Hier. Mein Ding ist einfach genommen. Mhm. Ich habe mein Medikit auch wieder bekommen. Ey, schon wieder diese scheiß Chaosbombe. Ich habe eine Sticky. Kannst du ja einen von den Fetzel... ...anheften. Mhm. Kann man hier. Wollen wir mal Hamlock gucken, ob da der Boss ist? Ja. Was hat er? Bei Dings. Wo ist das? Ich glaube Holzbearbeitung, da ballern sie gerade rum. Mhm. Aber könnte ja sein, dass da der Boss ist bei Dings. Bei Hamlock. Oh, hinten bei Schweinefarm oder so. Kam auch gerade nochmal ein Schuss. Okay. Ist schon alle gelootet? Ja. Oder dann heftig den Dicken an die Bombe anhört. Ich habe die gerade mit einer Mistgabel abgeworfen. Hier ist nochmal ein Munizium. Geil. Die Schippe fliegt auch immer echt geil. Ich schalte mal da noch überstehen. Dreht sich und guckt nach links und rechts, als ob er auf die Straße will. Jetzt habe ich viel. Das ist doch Holzverarbeitung, oder? Hört sich so an hier, oder? Schaust du mal in dem weißen Haus nach, ob er da ist? Mhm. Schau ich mal hier hinten. Nee, du hast nichts. Hier ist ein Auto-Nex. Hier ist ein Auto-Nex. Hier ist nochmal Munition. Ah, nee. Ist keine mehr. Ist alle. Ah, hier ist der Clue. Den hat noch keiner genommen. Bei einem Holzverarbeitung du hörst. Mhm. Oh, Köter links. Ja, Holzverarbeitung dußen. Ich habe nur zwei drinnen gesehen. Okay. Mist. Ich muss mal sie einlassen. Jetzt habe ich bloß noch einen Medipack. Sind die drinnen? Ja. Ist da hier der Boss? Ja. Ah. Achso, die machen den ja schon. Die haben den schon gebanaged. Mhm. Einer war gerade hier hinten an der Seite. Das war's. Ha! Einen habe ich gehetet. Cool. Guck mal, ich habe gesehen, da hat ja einer hier alles durchgeschmissen. Einer ist hier direkt hinter der Holste gewesen. Ah, das ging fast. Hier ist noch eine Loopbox, Magda. Sehr schön. Eine Verbandstasche. Okay. Geil, die Tür ist kaputt da. Aber da haben sie eine Falle draufgestellt. Mhm. Hier vorne das Tor ist jetzt auch kaputt. Okay, ist auch gut. Da hat man einen schönen Blick aufs Roundy. Das ganze Tor ist jetzt kaputt. Sehr nice. Magst du gerade mal gucken, wo die sind? Ja. Einer ist ganz rechts und einer ist ganz links. Okay. Ich habe fast Bock, den Richten da zu pushen. Schön mit der Schrotflinte weg holen. Naja, dann lass uns rein. Ich kann den sogar flashen. Warte, ich gucke nochmal. Ja, da ist eines rechts. Ah, der kommt, der kommt. Ich habe ihn. Sehr schön. Oh, der andere auch. Ich habe ihn. Oh, sehr gut. Thank you. Oh, Alter war das knapp. Ach so, ich blute. So. Da war doch ein Mediket ja hinten. Ja, Schade, die haben alle nichts Tolles dabei. Eine kleine Henry-Kettenpistole. Tja, dann danke für den Boss. Ja. Wie die Panik auf der Treppe ausgebrochen ist. Ja, dass der auf einmal auf mich zugerannt kommt. Mhm. Und ich habe gerade noch keine Waffe wegen der Flash in der Hand. Naja, mach mal raus. Hemlock Hight. Ja. Ja. Habe ich schon mal eine Kifftspritze gekriegt? Ah, okay. Schade, hier ist keiner in der Welt. Ah, bei den ist zwar noch einer. Ja. Mhm. Mhm. Ja. 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 Sorry. Nein, jetzt kommt der Promete. Da steht noch, wie eine Eins. Scheiss. Oh, die haben so Meute hinter sich gezottelt. Hier sehen wir Munition. Ja. Ich bin voll. Ich habe gerade einen Schuss gehört, aber der war ziemlich weit weg. Nichts. Wenigstens haben wir die Kills diesmal aufgeteilt für jeden zwei. Okay. Ui. Achso, ich habe keine Munition mehr. Hä, was hat er mir vor. Und jetzt auch, dass ich voll bin. Jetzt kann ich ihn nicht mal nachladen. Ich dachte eigentlich, ich hätte drei gekillt, oder? Habe ich nicht drei erschossen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es auch nicht mehr. Ach ne, die einen habe ich weggebombt, oder? Ja. Und den da oben habe ich dann erschossen? Und dann den auf der Treppe, oder? Von denen hatten wir ja zweimal gekillt. Das ist ja cool. Da haben wir ja dann fünf Kills. Ne, drei. Stimmt. Nein. Also ich weiß nicht, vier. Ja, fünf. Mhm. Siehst du, was habe ich gesagt? Stufe 50 geht. Alter. Krass. Das ist ja ein schlimmes Ding. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.